Ein unbekannter Mann soll am 18. August in Neustadt-Glewe in zwei Fällen Kinder angesprochen und in einem Fall auch zum Mitgehen aufgefordert haben. Zunächst in einem Discounter in der Lascher Straße, wo die Mutter der betroffenen Vierjährigen dazwischen ging. Danach an einer naheliegenden Bushaltestelle. Der Mann soll augenscheinlich dunkelbraune Haare haben, circa 60 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Die Polizei in Ludwigs Lust bittet um Hinweise zu dem Unbekannten. In den vergangenen Tagen hat es zwei Brände in Moras gegeben. Am 18. August brannte eine 20 Quadratmeter Grasfläche am Ortsrand. Am 10. August hatte bereits eine 50 Quadratmeter Waldfläche circa ein Kilometer östlich des Ortes gebrannt. Die Polizei in Hagenow geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor falschen Polizeibeamten am Telefon. Bislang wurden sieben Fälle aus der Region Hagenow bekannt, in denen sich ein Anrufer als Hamburger Polizist ausgab. Er behauptete, es bestehe Einbruchsgefahr und versuchte die Betroffenen zur Übergabe von Bargeld zu überreden, das angeblich aus Sicherheitsgründen bei der Polizei verwahrt werden soll. Die Polizei rät, solche dubiosen Anrufe sofort zu beenden. Neuräumlichkeiten für den Schweriner West Club One. Der Jugendtreff präsentiert seinen neuen Standort am 25. August von 14 bis 17 Uhr. Dort können Besucherinnen und Besucher auch mehr über die Jugendarbeit, Angebote und Projekte der Einrichtung erfahren. Ab dem 25. ist der West Club One im Erdgeschoss des neu sanierten ZGM-Gebäudes in der Friesenstraße zu finden.